Norddeutscher Rundfunk 2021 Mädels! Schneller! Oh! Hextex! Ah! Mein wunderschönes Auto! Komm, Adios! Ich bin Mädchen. Das hab ich mir schon gedacht. Wir müssen mal einen entspannten Sommer haben. Hier ist ja richtig Schwammbefall. Schwamm! Schwamm? Ja, Schwamm! 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 Holger? Was ist denn mit dir los? Tarek! Macht der auch noch? Seid ihr immer so gut drauf? Klar! Ravensohn! Schmüll! Hextex!